Hey Leute, bevor das Video losgeht, wollte ich euch nur kurz sagen, ich habe jetzt einen Zweitkanal und baue den gerade auf, nennt sich Eddie Uncut. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da auch supportet und den Kanal abonniert. Und ja, schaut einfach mal rein, jetzt geht's los. Mit dem Video hier findet ihr den Kanal, da irgendwo hier. Viel Spaß mit dem Video jetzt. So Leute, weiter geht's mit Indiana Jonesy. Ich habe gerade etwas anderes gespielt mit italienischem Bezug, ich möchte mich jetzt schon entschuldigen. Wir machen natürlich weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und das war hier, wa? Da sind wir nämlich gerade zum Markt gekommen, in Andalusien oder was weiß ich, wo das hier schon wieder ist. Und hier haben wir aufgehört das letzte Mal. Wir können ja vielleicht erstmal hier zu dem Bettler. Ever hear of Atlantis, old man? Do you know where to find Omar al-Jabbar? What are you doing here on the streets? Das finde ich nicht fair. What are you doing here on the streets? I'm a beggar F&B. It is my job to be here. Today I'm offering a discount. Give me food and I'll give you a free gift. Do you ever hear of Atlantis, old man? Atlantis? Hmm, Atlantis. No. Do you know where to find Omar al-Jabbar? Omar is one of my best customers. His shop is on the other side of the marketplace. How's business? I've seen worse. Today I'm offering a discount. Give me food and I'll give you a free gift. Now, let me get back to work, please. Okay. Food haben wir nicht. Wir haben, ehrlich gesagt, haben wir fast gar nichts. Gut. I don't want to disturb them. They look kind of busy. So, dann gehen wir mal hier lang, oder? Excuse me. Yes. Nice knives. Yes. They were a gift from my father. The greatest knife roar in North Africa. I'm trying to follow his example. But alas, no one will volunteer to be my assistant since the accident. Since the accident. Do you know where to find Omar al-Jabbar? He has a shop nearby, behind the marketplace. Sorry to bother you. No bother. I just wish the volunteer would step forward to assist me. Excuse me. Yes? I'd make a wonderful assistant. It's refreshing to see such spirits. But my assistant must be a woman. Sure business, you know. Excuse me. I think you should volunteer to help the knife thrower. No, you don't, Jones. Please, it's perfectly safe. Right. Perfectly safe. Take a good look at his dexterity. Well, okay. I don't know. Those knives look dangerous. Man, der ist doch skilled. Das sieht man doch. What? Come on, assist the guy, will ya? Nope, nope, nope. Pretty please? Oh, sure. I wouldn't trust that man to cut carrots. You're not really looking. Observe that superb technique. Oh, alright. Okay, irgendwas scheint. I better not get too close. Irgendwas muss ich immer machen. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht warum. Listen. What? The man's desperate. He needs your help. Is this your idea of a friendly nudge? Think about the effect on international relations. I'm thinking about the effect on my health. We won't get anywhere until you volunteer. Stop trying to push me into this. Oh, I get it. You're chicken. Well, cock. Ein Raid, ein Raid. So where's your sense of adventure? Writing Bull. Vielen Dank für den Raid, mein Lieber. Kommt hier rein. Kommt ran. Wir spielen hier gerade schön Fate of Atlantis. Für alle, die es nicht kennen. Eines der besten LucasArts Adventures. Ähm, ich hab das gespielt, als ich, als es rauskam tatsächlich. Und ich glaub danach noch irgendwann mal. Aber fragt mich nicht wann. Ähm, aber Fakt ist, was ich eigentlich damit sagen will, ist, ich hab alles vergessen. Es ist ein bisschen, als ob ich, ähm, das zum ersten Mal spiele. Aber es ist eines, ähm, gilt als eines der besten LucasArts Adventures, neben Monkey Island und Day of the Tentacle. Und, ähm, viele sagen, dieser Indiana Jones Teil, ähm, wäre besser, ein besserer Film gewesen, als der tatsächliche vierte Film. Ähm, ja, und jetzt gerade bin ich hier bei so einem, es ist noch nicht ein richtiges Rätsel, ähm, aber ich will, ähm, Sophia, meine, ja, ähm, Begleiterin, nennen wir es mal so, ähm, will ich dazu bringen, dass sie sich hier dem Messerwerfer als freiwillige, ähm, Assistentin zur Verfügung stellt. Aber sie wehrt sich, sie will nicht. Hab ich der dritte Film gesagt? Ich meinte der vierte. Genau, aber vielen Dank für den, äh, Raid. Was gab's bei, was gab's bei dir, Writing Bull? Was habt ihr gemacht? Welche Königreiche habt ihr erobert? Muss ich sie schubsen? Muss ich ihn schubsen? Nein. Old World gab's. Old World. Kenne ich das? Old World. Ist das sowas Wahlheim-mäßiges, ne? Oder? Bäume zersägen, Hütten bauen. Ist wie Ziv-6, ah ja, okay. Hm, das macht Sinn. Ist das Enotria? Ne, Enotria ist schon vorbei. Ah, ich hab noch nicht Dings geändert. Ja, vollkommen recht. Ja, vollkommen recht. Enotria haben wir da vorgespielt. Das war so eine Art, ähm, ja, so ein Souls-like. Gleich geht's weiter, Leute. Ich muss das nur kurz eingeben. Damit das hier alles seine richtig, ich vergesse das immer. Ah, ist die halbe Wahrheit. Ein Stück weit, denke ich auch immer, Nikola wird's machen. Weiter geht's. Also, sie will irgendwie nicht daran teilnehmen. Ich guck mal, ob ich noch... Ich kann sie auch nicht pushen, ne. Okay, wir gehen erst mal weiter. Vielleicht fehlt uns noch irgendein Item oder so. Oh, excuse me. Yes? Do you know where to find Omar Al-Jabbar? Omar, his pitiful excuse for a shop is down the alley here. What looks good today? Today we have a special. Squab on a stick. Only 20 dinars. Do you accept U.S. currency? Sorry, no. A squab would sure hit this spot. 20 dinars, Fendi. Fendi. Maybe we can make a deal. What kind of deal? I'll give you my fine leather jacket for a squab. I'll give you my fine leather jacket for a squab. In this heat, don't be absurd. Don't go away, I'll get back to you. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Powerlurker, vielen Dank für deinen Sub. Mein Lieber, Dankeschön. Bei dir ist ein Name Programm, oder? Ich hab noch nie was von dir gelesen, glaub ich. Powerlurker. Aber vielen Dank für deinen Sub. So, eines der, also nicht eines der ersten Spiele, aber das war so die Zeit, wo Sprachausgabe noch was Besonderes war, für die jüngeren Semester unter euch, für die das völlig normal ist. Für die Nintendo-Spieler unter euch, eines Tages. Eines Tages. Ich bin nicht alt, ich bin nur erfahren, Leute. Und das ist ein Unterschied. Funny, looks like that ghost we saw in your study. How may I know, your intentions are serious? I've got a PhD, will that do? Ha 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 ha, you have quite a sense of humor, I see. Excuse me again. Yes. Yes, yes. Wie viel für die Maske? Das ist doch eh kein Geld. Oh, er gibt es einfach so. Das ist nice. Die nehmen wir. Pick up, Maske, zack. Das Ding ist spook. Sieht ein bisschen aus wie Darth Vader, finde ich. Wenn da oben noch das Ding dran wäre, ist es eigentlich fast Darth Vader. Das sieht alles ziemlich wertvoll. Es heißt, trink Elliot's Rosewater in Arabic. Excuse me again. Yes? Ich bin wirklich interessiert in Atlantis. Und ich brauche wirklich ein Grund, um dich zu ernst nehmen. Ich bin nicht sicher, ich weiß, was du meinst. For example, it is said that three stone discs were needed to open the gates of Atlantis. Show me one of those if you can. I saw a stone disc once, but someone stole it. That's too bad. I don't discuss the Lost Kingdom with amateurs. Hm. Hm. Gif. Dialogue of Plato. Excuse me. I think this may interest you. No, thank you. I'm not interested in books. Excuse me again. I'm not interested in interested. Yes. I'm really interested in Atlantis. And I really need some reason to take you seriously. I'm not sure I know what you mean. For example, it is said that three stone discs were needed to open the gates of Atlantis. Show me one of those if you can. Okay. I'm not sure I should trust you. Stone discs. Make up your mind. Is there anything else? No. I think we can go first again. Except for the mask. There was no one to buy. He wants to exchange. Maybe. No, that's probably not. Excuse me. Yes. I'd like to make another squab offer. I'm listening. I'll give you this scary mask for a squab. No thanks. It would scare away my past customers. Don't go away. I'll get back to you. Gut. Also, nichts. Klappt. Sie will nicht da mitmachen. Der will was essen. Wir können hier hoch, glaube ich. Oha. Walk to balloon man. Hello there. If you have ticket, you see sights. If not, you don't. Hello there. If you have ticket, you see sights. If not, you don't. Ich hab kein Ticket. Let's load ticket. Das ist korrekt. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Wir brauchen ein Ticket. Aber woher kriegen wir das? Vielleicht wenn wir ihm Essen geben oder so. Okay. Ab nach Monte Carlo. Checken wir erstmal ab, was da geht. Well, here we are. I had no idea Monte Carlo was the lost city. Don't start with me, Indy. It's Trottier we're after. Trottier! What does Trottier look like? How should I know? I've never actually met him. We did all our business by mail. What makes you think we'll find Trottier here? All his letters mention how much he likes strolling under the bright lights. Suppose Trottier shows up. What then? Bring him up to my room. This plan sounds kind of harebrained to me. Don't worry, it'll work. He used to have one of the three stones. If we can coax him into a seance, he might let us have it. A seance? I'll go get ready. Okay, we need Trottier, or whatever it's called. I'm not leaving without Sophia. The door is closed. Yeah, just shut up. Any luck, Indiana? Where's Trottier? I'm tired of looking for Trottier. You can't stop now. We can't let the Nazis beat us to Atlantis. Listen. What now? This isn't working. Let's move on. Okay. We could talk to Omar again. Get a cab and I'll join you. It's a fuse box. It's the main power switch for the room. There must be a sheet under here. I can't move it. I can't move it. Aha. So geht das. Ah, ich glaube, ich verstehe schon. Wir werden einen Geist basteln, oder? Ja, ja, ich glaube, ich erinnere mich. Mit der Taschenlampe. Ich brauche es nicht. Jetzt ist nicht die Zeit. Ich werde es warten, bis es kalt ist. Irgendwie so. Aber erstmal müssen wir... Ich werde es die Flasche zurücklegen. Ich werde es die Schilder zurücklegen. Just a moment, please. Are you Alan Trottier? Oh, peut-être Ousaski. I'm Dr. Indiana Jones of Barnett College. Jones, Jones, Jones. I believe I've heard of you. Yes, of course, the famous archaeologist. That's me. And I am Trottier. Amateur scholar, part-time poet, professional dreamer. The Tarot revealed to me a three of cups, which drove me outside for some air. And here I bump into you. Ah, what good fortune. I've heard you deal in Atlantean artifacts. Aha, my reputation precedes me. I hear German agents are on my trail. To prove you are not one of them, answer me this. Why did the Atlanteans build their huge colossus? Hmm, to place their city atop Montalus. Where have we, so many of them, listen? To make themselves like gods. Yes, excellent. Obviously, you know Plato's Lost Dialogue well. How can I help you? Madame Sophia would like to trade her wisdom for yours. I'm sure she would. And steal my secrets. What kind of idiot do you take me for? Scheisse. Over here, Monsieur Trottier. Yes? Sorry about being so rude. I do not believe your sincerité. Nein. It's closed. Monsieur Trottier? Hey, why don't you stop being such a jerk? Fwep! Dumped. So geht das nicht. Kann ich dem nichts geben? Ja, ich kann nichts machen. Muss man das Buch benutzen? Wieso geht das nicht? Ich hätte schwören können, das geht. Geht nicht. Was the fuck? Habe ich es verkackt? Ist das Spiel jetzt zu Ende? Reden bringt nichts. Was ist hier mit? Ich kann nichts geben zu ihm. Nothing interesting over here. Nothing interesting over here. I don't think this is the time or place. Ich rauf grad nicht, wie ich hier weiterkomme. It's closed. Did you find our man, Indy? Where's Trottier? I've tried, and that fool won't come up here. Hmm, I haven't thought about that possibility. Just drop Nirab Sal's name. Okay, das war's, oder was? Ich muss erst mit ihr sprechen, damit sie mir sagt, was ich ihm sage, oder was? Das ist ja ein bisschen bescheuert. Sorry to bother you. Excuse me. Mr. Trottier? Yes? I just want you to know I work for Nirab Sal. Did you say Nirab Sal? Well, perhaps you're not the buffoon I took you for. No, excuse me, well, I consider this. Excuse me. Nein. Sorry to bother you. Then leave me alone. Then leave me alone. Just a moment, monsieur. Well, hello again, Dr. Jobs. How can I help you? Come on upstairs. This woman's show is dynamite. Show? No, I'm not interested in crude tricorée. Bonsoir, monsieur. Monsieur Trottier? Well, hello again, Dr. Jobs. How can I help you? Follow me and Madam Sophia will read your fortune. Oh, this is a big step. I'm not sure. Oh, this is a big step. Oh, this is a big step. If that's how you feel, forget it. Well then, bonsoir. Ah, jetzt hab ich hoch gepokert. Scheiße. Hat nicht geklappt. Over here, monsieur Trottier. Well, hello again, Dr. Jobs. How can I help you? What do you say we get in touch with the spirits? Uh, begging your pardon. I refuse to be patronized by arrogant fools like you. Oh, honey. Over here, monsieur Trottier. Yes? Nur Absal sent me, remember? Nur Absal? Oh, well, allow me some time to cool my anger. Jesus Christ, was ist denn das für ein komisches Rätsel hier? Bisschen viel Trial and Error, oder? Monsieur Trottier? Ich kann seinen Namen schon nicht mehr nennen. Well, hello again, Dr. Jones. How can I help you? It would please, Madame Sophia, if you joined her seance. I don't need this woman's counsel. I don't need anything. But I'm curious. So, I'll do it. Please lead the way. Dankeschön. Have a seat, monsieur Trottier. Is he here? Keep him busy. I'm going to try something. All right, then. Give me a minute while I set him up. So, dann mache ich doch direkt mal einen kleinen Speicher hier. Ah, monsieur Trottier. I'm so pleased to meet such an expert and Aquarian at long last. Madame flatters me. It is I who am pleased to meet you. Now then, I need a token of power to set the mood. Well, I have the stone key. I truly believe it is from the lost city. Very good. Very good indeed. Now we can begin. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. The lights. What happened to the lights? Uh, I think Nureb Sal is trying to signal us. Does he have to wave that flashlight around or it's very unnerving? Do you mind, Dr. Jones? Sorry. Oh, I feel the presence of Nureb Sal approaching us. Well done, Indy. Looks like we have one of the three stones. Let's hope we can find a way to use it. I'll bet Spatier got it from Al-Jabbar. Those two do a lot of business together. Let's head for North Africa and find out if I'm right. Fine, I'll hail a cab while you get changed. It's a stone disk with solar images carved into it. Okay, so. I better put the flashlight back. Oh, nimm die doch mit, wieso? I better put the sheet back. Scheiße. Ich wünschte, ich könnte meine Betten so beziehen. Wait for me! So. Jetzt gehen wir zu dem Al-Jabbar, der wieder heißt. Und dann geben wir dem die Steinplatte nach. Excuse me. I think this may interest you. Ah, a sunstone, if I'm not mistaken. And the most stupendous find, Dr. Jones. How do you know who I am? Yeah, how? My dear Miss Halfgood, when you're Omar Al-Jabbar, you know these things. Then you are Al-Jabbar. Yes, a lowly dealer in oddities and trinkets at your service. Let's get down to business, shall we? What do you know about Atlantis? Let's get down to business. Yes, tell us! Well, somewhere deep in the Atlas Mountains, there's an archaeological dig site. I'm convinced it contains the remains of an Atlantean outpost. Whose dig is it? Europeans. Germans, I believe. The Nazis. What makes you so sure? It's Atlantean. From time to time, Skanderos appear in my shop to trade pieces, which they stole there. The designs are unmissakable. Where is it exactly? I'm not exactly sure. I've learned enough to make a rough map, but it's very rough. The problem is, the desert is no place for civilized men like myself. We'll go. We will. I admire your courage, but you'll never survive the desert. Give up while you still have your lives ahead of you. We'll never give up. Well, then, let it be as God wills it. Come, I'll lend you my map. And a couple of sturdy camels. We'll never give up. I'll never give up. Was zur Hölle? You've returned alive. Tell me, how was your trip? Marvelous, but we didn't find anything. The desert guards its secrets, Doctor. By the way, do you still have that mask I gave you? Yeah, I've got it right here. Why do you ask? I'd like to trade you for it. Will you give me? That depends. Do you have anything in mind? Make an offer. Well, how about this baseball? It's been autographed by your country's Lou Gehrig. Lou Gehrig? That sounds pretty awful. Have you got anything else? How about this voodoo doll? It was carved from trees in the Black Forest. No thanks. Can I see something else? How about this little red wagon? It once belonged to Rudyard Kipling. That sounds pretty awful. Have you got anything else? How about this yellow yo-yo? It was hand-painted by an Arabian princess. I don't think that's it. What else can you show me? How about this beautiful white cane? It was once touched by Queen Victoria. That sounds pretty awful. Have you got anything else? What do you have to do? How about these charming shaded spectacles? With these a man can stare straight at the sun. That sounds pretty awful. Have you got anything else? How about this handsome red vase? No gentleman should be seen without one. No thanks. Can I see something else? How about this antique brass pittoon? With it a man may spit like a camel in the privacy of his own home. That's not quite what I want. What else have you got? How about this lovely bar of soap? It's 99 and 94 100% pure. That sounds pretty awful. Have you got anything else? How about this decorative black veil? It goes with anything. Well, that doesn't appeal to me. What else have you got? How about this dark red lipstick? It's chic yet dignified. That's not quite what I want. What else have you got? How about this yellow scarf? It's a black dress. It's a bit doudy, but comfortable. I don't think that's it. What else can you show me? How about these charming ivory earrings? They were carved from the tusks of a prehistoric mama. I'm not sure if I do this right. What else have you got? How about this wondrous ebony comb? It was last owned by Mata Hari herself. That sounds pretty awful. Have you got anything else? How about this enchanted ruby ring? They say it has the power to cloud men's minds. I'll take it. You've made a good exchange, Effendi. Hey, this isn't a real ruby. I don't know. I don't know. I don't know. Maybe I can't change this here. Excuse me. Yes? I'd like to make another squab offer. I'm listening. I'll donate this ruby ring for a squab. Hmm. Hmm. Sorry, Effendi. I never accept gifts for myself. And certainly not in this hollow. What the fuck? I've got another offer. Make it. I'll give you my Atlantian Sunstone for a squab. What do you take me for offering me some worthless hunk of rock? Don't go away. I'll get back to you. Es gefällt ihm die Farbe nicht. The only mark on this map is one big X. Excuse me again. Yes? Can I trade my ring for something else? Do you have anything in mind? Make an offer. Well, how about this priceless gold buckle? It was a gift to Queen Cleopatra. I'll take it. You've made a good exchange, Effendi. Excuse me. Yes? I'd like to make another squab offer. Sorry. I'm listening. I'll turn over a genuine gold buckle for a squab. Hmm. Hmm. I'm sorry, Effendi, but that trade is out of the question. Why? Pull the squab. I'll be back later. Okay, aber wie? Das gibt's doch nicht. Wie soll man denn wissen, was man da traden soll? Es gibt eine Million Gegenstände. Excuse me again. Yes? Can I trade my buckle for something else? Do you have anything in mind? Make an offer. Well, how about this baseball? It's been autographed by your country's Lou Gehrig. No thanks. Can I see something else? How about... How about... Also rot war ja schon mal definitiv falsch, ne? Can I see something else? Wäre ja bei dem Redding gesagt, die Farbe... Das könnte sein Yellow. Yes. Die Farbe... Ich hab grad Gold gehabt, aber er hat da nichts zur Farbe gesagt. We try. We try. Excuse me. Yes? I'd like to make another squab offer. I'm listening. Will you give me a squab for this brand new yo-yo? Hmm. Hmm. I'm sorry, Effendi, but that trade is out of the question. Hold the squab. I'll be back later. Okay, das ist es nicht. Excuse me. Yes? Salam. Salam. Tja. Der wollte was essen. Der wollte ein Ticket. Tja. Hähnlich gesagt. Ja, Monte Carlo ist ja nix mehr. Krass. Ich kann auch gar nichts anderes machen. Okay, es ist quasi... Es ist ein einziges Rätsel, was mich gerade hier abhält. Hello there. Back again, eh? How's business? I've seen worse. Today I'm offering a discount. Give me food and I'll give you a free gift. Now, let me get back to work, please. Excuse me. Yes? Are you absolutely sure I can't help you? Absolutely sure, Effendi. Ah, warte mal. Hat er nicht was von einem Schleier gesagt? Vielleicht kann ich den Schleier anziehen. Excuse me again. Yes? Can I trade my yo-yo for something else? Do you have anything in mind? Make an offer. Well, how about... This beautiful white cane? It was once touched by Queen Victoria. No, thanks. Can I see something else? How about... These charming shaded spectacles? With these a man can stare straight at the sun. Well, that doesn't appeal to me. What else have you got? How about... This handsome red vase? No gentleman should be seen without one. That's not quite what I want. What else have you got? How about... This antique brass pittoon? With it a man may spit like a camel in the back. With the privacy of his own home. No, thanks. Can I see something else? How about... This lovely bar of soap? It's 99 and 94 100% pure. No, thanks. Can I see something else? How about... This decorative black veil? It goes with anything. That's not the sign. I'll take it. You've made a good exchange, Affendi. This veil itches. I don't think that'll work. I can't move it. What? Was fehlt mir? Das kann ja auch nicht sein, dass man da alle Sachen ausprobiert. Das macht doch eigentlich keinen Sinn. Man muss doch irgendwie logisch auch drauf kommen können. Aber ich weiß nicht wie. Entschuldigung. Ja? Kann ich meine Vail für etwas anderes? Hast du etwas in Ordnung? Für mich. Wie geht es? Diese dark-rede Lippe ist schick, aber dignified. Ich glaube, das ist es. Was kannst du mir noch zeigen? Wie geht es? Dieser gelbige Scharfe? Sie ist ein bisschen doudig, aber komfortabel. Ich glaube, das ist es. Was kannst du mir noch zeigen? Wie geht es? Diese charmante, grüßte Lippe? Sie wurden aus der Tasche von einer prehistorischen Mama. Ich werde nur, was ich habe. Wie du wünschst, Sir. Ich drehe durch, wie ich das hasse, in so Spielen so lange zu hängen. Da fühlt man sich so dumm immer. Dass er einfach nicht drauf kommt. Ja? Ich würde noch einen anderen Scharfe machen. Ich höre. Würdest du mir einen Scharfe für dieses schwarzen Vail? Hm. Hm. Das ist ein perfektes Gift für meine Mutterin-Law. Und es ist so color-koordiniert. Hier, hab einen Scharfe. Biker. Ah. Geil. Okay. Geil, geil, geil. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt, aber es klappt. Er wollte was Schwarzes. Okay. Weil es keine Farbe hat. Weil es mit allem passt. Ja. Okay. Interessant. Ah. Trotzdem ein bisschen dummes Rätsel. Aber... Egal. Progress, progress. Das geben wir jetzt zum Becker. Ja. Excuse me. You bring food? Here. Thank you, Effendi. Here's your free gift. It says, one day pass, Kareem's sightseeing tours. So, progress, Leute. Give ticket to balloon bank. Here's my ticket. A valuable all day pass. Today the skies are yours, Effendi. Looks like it's ready to go. Yet. Hey, down there. Is the view not a great beauty? Can't get enough of it. Ah. Then I leave you to gaze for a few more minutes. Okay, ich muss offensichtlich pick up rope. I can't pick that up. That won't work. Hey, down there. You're not stuck. It's too overwhelming to watch anymore. Also müssen wir Sophia dazu kriegen, dass sie beim Messerwerfer assistiert. Aber wie schaffen wir das? Ist das wirklich nur über Dialog oder fair? Das muss ja eigentlich so sein. We might just do that. We might just do that. Come back soon. Okay. Sophia. What? We won't get anywhere until you volunteer. Stop trying to push me into this. Okay, don't volunteer. Never. So where's your sense of adventure? Listen. What? Do you have any dinars? No. What do we do now? Let's try to find another way to the dig site. Ah, Algeria. Hmm. Never mind. Okay, also ich bin mir fast sicher, dass das mit Push war. Deshalb betont sie das auch nochmal im Dialog. Aber es klappt halt nicht. Vielleicht muss ich an der richtigen Stelle stehen. Und zwar näher hier dran oder so. Wo bin ich denn jetzt? Kann hier aber auch mit nichts interagieren. Oder muss ich ihn vielleicht pushen? Kann hier aber auch mit nichts interagieren. Kann hier aber auch mit nichts interagieren. Excuse me. What? Never mind. Okay. Mensch, das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch kaum Möglichkeiten. Ist ja nicht so, dass ich hier 20... 20 Items hab oder so. Das ist ja echt... Ein bisschen strange. cựcci genug. Geh es nicht! Entschuldigung? Ja? Ja? Bist du absolut sicher, dass ich dir nicht helfen kann? Absolut sicher, Effendi! Entschuldigung? Was? Was? Wir werden nicht irgendwo kommen, bis du volunteerst. Stopp, zu versuchen, mich in das. Siehst du? Das ist doch so offensichtlich, push me into this. Mach es und ich lasse dich meine Haute tragen. Ich lasse dich meine Füße tragen, wenn du das aufhörst. Wir werden nicht irgendwo kommen, bis du volunteerst. Stopp, zu versuchen, mich in das zu pushen. Pretty please with sugar on top. Was ist mit dir denn? Du musst dieses Genius in Aktion sehen. Wirklich? Ich muss nicht zu nahe kommen. Okay, jetzt kann ich sie pushen. Oof! Look here, ladies and gentle king. A volunteer. But... Now, now, my dear. There's nothing to be afraid of. But... Just walk over to the board, now. Ta-da! Thank you for your brave assistance, my dear. Allow me to express my gratitude by giving you this souvenir knife. Here, take this knife before I use it on you. Ja, das ist ein bisschen... Ja, holprig, sag ich mal, ne? Das hätte ja auch... Gut und gern... Die Idee war ja richtig, sie zu schubsen. Aber du musst erst die richtige Dialogoption... ...aktiviert haben. Hm. Fühlt sich ein bisschen unbefriedigend an, to be honest. Aber egal. Welcome back, Fendi. My balloon is ready to service your sightseeing needs. Looks like it's ready to go. We're free! So, wie ging das? Vent Hydrogen Drop Ballast. Okay, daran erinnere ich mich überhaupt nicht mehr tatsächlich. Das ist echt ganz geil. Open World mäßig. Walk to vast uncrossable desert. I die within minutes in that hellish waste. Forget it. So, hier sehen wir ja das X. Hm, the only mark on this map is one big X. Und es ist quasi über diesem Stein hier. Gucken wir mal, ob wir das sind. Sophia! What? It's tough to fly a balloon. Try spiraling and counterclockwise next time. Kind of barren and lifeless out there, huh? I don't know, the rocks look like they're enjoying themselves. Okay, wie ging das noch? I don't want to land in the sea. I don't want to land in the sea. Wie kommt man denn da hin, so? Hä, ich raff's überhaupt nicht, wie man's steuert, ehrlich gesagt. There must be an updraft here. Well. Stay here and guard the balloon. Das war's nicht. It must be an updraft here. I don't want to land in the sea. It must be an updraft here. I don't want to land in the sea. ... ... ... ... Oh! Ach du meine Güte! Nomad Camp, da wollen wir hin. Nein, nein, nein. Hier. Nein. Okay. Okay, das ist noch ein... Okay, das heißt, das ist... Ja, wie lande ich denn jetzt da? Oh, Jesus. Dass die in jedem Indie-Spiel eine so eine Nervnummer immer drin haben. Hier. Da, land da, bitte. Stay here and guard the balloon. Hallo, da. Salam, Appendie. What do you make of this map? Hmm, this X is to the south and to the east. Thanks for the information. Okay, das war doch mal, äh, hilfreich. Jetzt ist natürlich die Frage, ob in diesen anderen Camps noch irgendwelche Items sind, aber ich glaube fast nicht. Südöstlich wollen wir. Nein. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Stay here and guard the balloon. So, Südosten hat er gesagt. Jetzt raffe ich aber auch die Steuer um. Mit dem Kompass hier. Stay here and guard the balloon. Hello, there. Salam, Appendie. What do you make of this map? Hmm. This X is to the north. Eh? And slightly to the east. Thanks for the information. Okay. Slightly to the east. More. Hören wir da hin, oder? Oh, wenn das nicht slightly to the east ist. Stay here and guard the balloon. Hello, there. Salam, Appendie. What do you make of this map? Hmm. You are very close to the side. This X is a little to the south. That's about it. Good. Thanks for the information. Good. Good. Stay here and guard the balloon. Wieso macht man das? Da ist es doch. What the fuck? Mit Blut? Mit Blut? Mit Blut habt ihr es gesehen? Ist da noch was? Look what we found. An abandoned dig site. Wait, where are you going? I sensed the presence of Nurab Sal. I should have guessed. Indy! Hold on, Sophia. Wie unmutig, wie jetzt sie da einfach rein crasht. Indy! Uh-oh. It's jammed in the hole. The engine's missing a spark plug and a distributor cap. It won't come out. I don't think that'll work. Spark plug, okay. That's where the gas is. Oh, that's the schnellste Weg zur Leiter, ja? Ernsthaft? Jesus. Walk to sharp wood thing. It's a particularly sharp ship rib. Ship rib. It feels like a portable generator. It's too heavy to pick up. I don't think that'll do any good. It feels like a wall. Okay, wir brauchen Licht. Dafür brauchen wir dieses... Ich verstehe. Diese Zündkerze aus dem Motor wahrscheinlich, oder was? It feels like a clay jar. It's an empty clay jar. Ich kann kaum was sehen, ey. Pick up long tubulacy. Okay, das wird kompliziert. Das sehe ich jetzt schon. Now it's open. Gas filler pipe, okay. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Aber ich sag noch nichts. Ist hier noch was? Ich weiß. Ich glaube, ich weiß. So, open Gas Tank. Use Hose with Gas Tank. Aber das reicht natürlich nicht. Use Clay Jar with Hose. Und ich bin einfach der Rätselgott. So, pick up, nee. Use RIP with Sportplug. Use Wooden Pack with Sportplug. Fuck. Kriegen wir das da raus? Das ist Quatsch. I don't think that'll work. I can't move it. I can't move it. I can't move it. Hmm. I can't move it. Scheiße. Ich brauche 100% brauche ich noch diesen Sparkplug. Aber wie? Talk to hole. Sofía? What? Did you find Nurob's Sal down there? You're dead meat. Could you speak up? I didn't catch that. I said you're dead meat. Hm. Nimm doch die Leiter da jetzt. Alter, wieso geht der jetzt auch so rum? Ich raff das wirklich nicht. Ach so, weil die da hinten ist. Jetzt raffe ich's doch. Okay. Das sieht so aus, als ob die von mir... Egal. I've emptied a jar into the pipe. I don't think that'll do any good. I don't think that'll do any good. Was mach ich noch? Es fühlt sich wie ein On-Off-Switch. Es ist ein Schildkopf oder Arke. Ich habe das vorhin gesehen. So, jetzt haben wir zumindest Licht. Aber was bringt's? It's a crumbling rock wall. I can't move it. I can't move it. I don't think that'll work. Hmm. Hmm. Die Mural behind this crumbling rock. It's a map of the island of Crete with a hole in the middle. Hmm, didn't I read about that in the lost dialogue? Gehtan, I hope only with the aid of special stones that many outposts the sunstone surface. If the morning light warmed the torments, critical air, a warm storm was also needed with darkest night heat to approach Atlantis itself. A warm storm was required as well, and a glorious sun blazing globe. And as I said, the dwellers of that land had no horses, nor any needed them. A metal light, glittered light, fire, and a castle to shine. And their colonies were failing while they were carved strange devices out of ember to search for a battle. And how does that help me? I don't think that'll work. That's as far as it goes. Ach warte, so. Das war die... Das war die Dings. Die Robkopie-Abfrage. Das war die Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt lösen kann. Wie haben die das jetzt hier geregelt? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Aha! Sofía? Ich dachte, du wärst mich in da. Ich dachte, du wärst mich in da. Ich dachte, du wärst mich in da. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ein distributoren. Es hat auf meine Kopf, als ich in die hole sank. Und das ist nicht alles. Schau. Was ist das? Es ist ein ammerer Fisch auf einer String. Ich kann das sehen. Was macht das? Wie sollte ich das wissen? Ich glaube, du hast etwas mehr Interessantes gefunden. Vielleicht. Schau, wo die Sonnebote auf dem Mural steht. Das Island von Crete. Ich glaube, Crete ist, wo wir eine größere Kolonie von Atlantien finden, was Plato nennt. Das klingt möglich. Lass uns gehen! Das nehme ich wieder mit, oder? Ja, das ist die Frage. Will ich da nicht rein? Schau. Ich bin froh, dass du mein Leben da unten verlassen hast. Aber wir haben keine Zeit für Chit-Chat. Lass uns gehen für Crete. Ich glaube, da ist nichts, oder? Ah, jetzt. Chat. Ja, ja, weiß ich. Theoretisch müsste ich das natürlich ausprobieren. Ihr habt ja recht. Aber wahrscheinlich geht das gar nicht. Sonst könnte ich doch nicht einfach... Welches war es? Schon mal vergessen. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Hm. Sophia hat bereits gefunden, was es gibt. Siehst du? Okay. Habe ich mir gedacht. Aber ihr habt ja recht. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also insofern... Jetzt müssen wir wahrscheinlich... Wie kommen wir denn jetzt hier weg? Wie kommen wir denn jetzt hier weg? Jetzt weiß ich auch gerade nicht weiter. Tja und jetzt? Jetzt weiß ich auch gerade nicht weiter. Da ist ein Sparkeplug. Sophia? Schau, ich bin froh, dass du mein Leben da unten schaffst. Aber wir haben keine Zeit für Chit-Chat. Lass uns gehen für Crete! Äh. Oh. Da! Da. Ich werde den Generator erst aufhören. Da. Das sind alles relativ logische Rätsel eigentlich. Das mag ich, wenn die so nachvollziehbar sind. So, use sparkplug with engine. Let's book passage to Crete, Sophia. Ah, Kreta. Ja, sehr gut. Und genau hier machen wir Schluss jetzt. Irgendwie ist das Spiel relativ kurz, wenn man weiß, also nicht, wenn man weiß, aber es ist gar nicht so lang irgendwie. Das kann man ja locker in ein paar Stündchen durchzucken oder nicht? Weil es auch mal ganz angenehm ist tatsächlich. Ja, Kreta. Dann machen wir das nächste Mal weiter. Und, ähm, ja. Ich hoffe, euch gefällt's. Lasst ein Like da, ein Abo, ein Kommi, whatever. Support, support. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Euer Adiana Jones Adiana Jones Adiana Jones